Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Die Belagerung ist verloren. Was macht Nier? Doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Seine Blaupause für die... Für das Ausbuddeln ist immer noch da, lustigerweise. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich wirklich aufs Gaspedal treten, was die Wirtschaft angeht. Machen wir hier noch einen Gang nach draußen, dass wir ein bisschen Holz bekommen können für den Fall. Ach, die erste ist immer kostenlos. Das ist schön. Das ist reise. Hm, immer noch zu wenig Bauern. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Geschichte liegt in der Luft. Was kaputt gemacht. Versucht mal diesen scheiß Triebock zu suchen. Ich glaube, den kriege ich hier nicht. Wir geben unser Bestes. Oh, mal irgendwas anderes Tores kaputt, wie die Kirche. Das tut weh. Christe, bereit, Milon. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Macht eure Armee bereit. Es ist Zeit für Krieg. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir werden... Aha, erwischt. Das tut ordentlich weh, so wie du mir auf den Sack gehst. Vor allem diesen... Den da hinten müsste ich aber trotzdem kriegen nicht. Was war es am besten? Ja, Ritter wären damit die Alsten. Aber jetzt welche zu machen... Jetzt hat er sogar seinen Bugraben gemacht. Jetzt wird es noch schwerer hier. Puh. So, was reines Belagungsgerät angeht, kann Friedrich einfach wirklich gewaltig auf die Eier gehen. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt gegangen? Und das nächste... Ja, komm. Bei den ganzen Produktionsstätten. Sag mal! Ey, hörst du auf mit dem Scheiß? Wo kommt denn das... Das sind die... Ach, das sind die Scheiß-Tribocke. Oh, ne, weil die jetzt schießen können, wo das Tor auswege... Womit können die jetzt erst schießen, wo das Tor auswege... Boah, ne. Bleib mir weg, ey. Na super, das ist hier schon wieder offen. Das haben wir, glaube ich, dem lieben Herrn Tribocke zu verdanken. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Danke, Herr Tribocke. Oh Gott, jetzt kommt die nächste Bälle. Wir folgen euch. Sie sind wehrlos. Achtung. Es hier den Waffen benötend zu sagen. Bereits eure Lordschaft. Eine trägliche Aufwand. Ein erträglicher Aufwand. Hm. Okay. Wenigstens fließt das Geld wieder. Ich frage mich bloß, womit ich angreife. Wenn ich ihn rechne, schnell besiegen will. Womit mache ich das im Idealfall? Ein erträglicher Aufverlust. Hm. Das Einzige, was mir jetzt wirklich spontan in den Sinn kommt, ist... Ey, Mann. Armutschütze und Viginiere. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Ja. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Die Belagerung ist verloren. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wir brauchen wieder Päginiere. Wir benötigen Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Ihr seid ihr siebt, größte Herrscher. Bogenschützenbereit. Achtung. So. Machen wir auch mal diesen Industriebezirk mit da rein. Hm. Ja, ich glaube, diese Einheitgetreideform reicht auch nicht ewig. Das ist nicht bei dieser Menge an Bevölkerung, die wir jetzt brauchen gerade. Oh, ich habe nur die bis jetzt gemacht. Keine... Ne, hier zwei. Nach drei. Das ist zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und drei Rüstungsschmieden. Das könnte sogar hinhauen. Okay. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Die Belagerung ist verloren. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Nicht genug Päginieren kriegen wir ja ordentlich was gerissen. Und ich glaube, ich sollte meine Nervattacken mit Drehbocken auch weiter fortführen. Euer Gnaden. Und los! Konstruieren Belagerungsgeräte. Euer Gnaden. So. Kommet herbei. Es werden Rekruten belegt sein. Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Da wird das mal zurück genervt. Flugbahn ist berechnet. Das war ordentlich. Es gibt noch ein paar Ställe. Die sind ja auch teuer. Komm, wir schießen einfach mal grob in die Richtung. Und du schießt mir auch schön weiter. Flugbahn ist berechnet. Tribok bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Hm, so weit. Flugbahn ist berechnet. Tribok bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Ja, Waffenkammer anvisieren etwa. Ist auch schön. Machen wir uns schon mal zur Vorbereitung. Flugbahn ist berechnet. Wir werden überfallen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Tribok bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Komm, schieß einfach mal so grob hier rein. Und du schießt mir hier rein. Ja, komm, wir sind da raus. Konspeicher auch gleich noch mit erwischt. Wunderbar. Beziehungsweise hervorragend. Es wird nicht nur nötig sein. Richtig. Es wird eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Meine Burg bröckelt, aber mein Wille nicht. Ihr könnt mich nicht so leicht zerstören. Ein Zwergkämpfer erwischt. Ein Kampfschwerter. Mal ein bisschen Ziel wechseln, bitte. Richtet euch mal darauf. Vorragend. Das soll jetzt richtig wehtun dem Herrn. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Ich bräuchte tatsächlich... Oh. Ich hab meine Spenden noch gelassen. Ich bräuchte tatsächlich mehr von euch. Aber man passt nicht rein. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Heute kämpfen wir. Heute werden wir gewinnen. Hi. Wir benötigen Gold. Erfolgt. Na, also. Warum denn nicht gleich so? Heute kämpfen wir. Heute werden wir gewinnen. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Ihr seid der siebt größer. Das heißt, ich sage, wenn man Friedrich nur lang genug lässt, dann kann der wirklich unglaublich gefährlich werden. Oh Gott, gerade der hier hat jetzt Geld ohne Ende. Sire. Mein Bogen ist euer. Wir geben unser Bestes. Rivok, bereit, Sire. Hm. Gerade frisch geworden. Genau so habe ich mich gefühlt. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Schießt er aber auf gleiche Art und Weise zurück. Nee, Moment. Das kommt von ihm. Hm. Schön. Schön schön. Vervorragend. Wir stehen zu die Angrüder. Zu denen sie ihr befehlt. Hi. So. Uiuiui. Jetzt kommen die Ritter sogar hier rüber. Jetzt kommen halt die nächsten Angriffswellen. Und ich merke gerade, wir haben wieder autark der offenen Tür. Das haben wir dann im Trinkock wahrscheinlich zu verdanken. Und zu. Mir leid. Klatsch. Und weiter drauf. Ich glaube, das Schlimmste, was man über Friedrich wirklich machen kann, ist die Waffenkammer zerstören. Er kann sich keine Waffen kaufen. Alles, was drin ist, ist verloren. Gut. Alles, was drin ist, ist so oder so verloren. Aber er kriegt so schnell keinen Ersatz. Was da ein Schwertkämpfer im Garten ist? Uiuiui. Knobbeln. Ach ja, ich finde auch, dass ein paar mehr Trieböcke nicht geschadet haben. Meine Güte. Vier Stück. Ernsthaft? Hm. 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 Ich will überlegen, wie ich den überhaupt angreifen kann, effektiv. Ich glaube, das Special wird sich ein bisschen ziehen. Das wird wohl nichts in einer Aufnahme, wie es aussieht. Wir müssen ja wirklich, nachdem wir den zweiten Friedrich besiegt haben, müssen wir überhaupt erst mal noch weitermachen. Obwohl wir dann erst mal genug Ruhe haben, um wirklich ordentlich aufzurüsten. Die Belagerung ist verloren. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. So. Ich könnte auch noch eine Zähne machen, aber deshalb reicht es auch so. Hier unten ist ja nicht unbedingt das Problem. Und jetzt hat er es weggerissen, bitte. Hm. Achtung! Es werden Waffen genötigt. Zur Stelle. Vorwärts! So. Triebock bereit! Flugbahn ist berechnet! Achtung! Flugbahn ist berechnet! Triebock bereit! Sire! So, mach mal den Turm hier kaputt. Er stört die ganze Harmonie. Schaut aus. Wird alles ordentlich abgebaut? Sieht so aus. Okay. Dann können wir tatsächlich noch mal eins draufsetzen und die Produktion weiter ankurbeln. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Meine Wut bröckelt. Aber mein Wille nicht. Ihr könnt mich nicht so leicht zermürben. Und anzubrennen wäre auch eine Idee. Hm. Bei dem lohnt es sich nicht mehr. Triebock bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Und los! Komm, verkaufen wir ein paar Armbusten. Machen wir uns so ein paar Armbusten. Achtung! Ich brauche auch Armbusten für den Angriff. Dann kommen wir nicht vorbei. Da nehme ich so viele Schwertkämpfer da, das wird schwer mit einem Sturm. Ihr seid der Händler. Schafft es, was wir da weiter hier reinhauen. Sire! Flugbahn ist berechnet! Wir werden überfallen! Solange immer mal schon Schwertkämpfer erwischt wird, wird das auch langsam dezimiert. So, den anderen Friedrich würde ich heute auf jeden Fall gerne noch erwischen. In der heutigen Aufnahme. Es werden Waffen... Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wie viele haben wir jetzt? 60, das ist eine Zahl. Damit könnten wir vielleicht was anfangen. Noch Armbusten passend dazu einsetzen. 23. Wir müssen erstmal aufbuddeln. Dann müssen wir irgendwie es schaffen. Ich würde gerne hier aufmachen. Hier aufbuddeln, bitte. Ich habe so einen Kopf, wie ich es machen will. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen geschultert! Gib uns eine Aufgabe! Wie können wir helfen? Genau damit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Nein, gib mir eine Schaufel. Dann gehen die Fikiniere hoch. Und räumen die Verteidigung erstmal weg. Und dann gehen die Armbusschützen hoch. Bogenschützen können wir auch mitnehmen. Dann können wir die Bogenschützen hier weg und durch Armbusschützen ersetzt werden. Die dürfen mich eh schon lange die Bogenschützen, weil es einfach zu wenig bringt. Ich glaube, eins mehr muss auf. Ne, es reicht immer noch nicht. Da drüben dürft es hinhauen. Dann mache ich lieber den Turm kaputt. Und gehe dann hinten an den Turm ran. Und ran. So, alle Mann hoch. Und Spaß haben. Das ist ein Befehl. Gibt schlimmere Befehle. Ich will nicht erst sehen, was sich vor mir entfaltet, was du in die Luft setzt, Junge. Das ist ja schon wie mit Witschi. Mit einem tollen Duft des Sieges. Das ist wie mit dem Krieg, äh, die Kunst des Krieges gibt es von Witschi und von Friedrich aus dem Bruch der Duft des Sieges. Es geht um so anale Ausstöße während eines erfolgreichen Angriffs. Hm. Ausdünstungen, besser gesagt. Ausstöße. Klingt ein bisschen komisch. Klingt schon fast wie Ausschlag. Komm, mach die Schützen weg. Mach noch mehr Schützen weg. Mach die Schwertgeber weg. Nein, wir schaffen es nicht. Oh, ich habe noch, ich habe noch die Kinder hier. Hoch da. Ich versuche noch ein bisschen wegzunehmen. Nein, jetzt komme ich von der anderen Seite auch noch. Scheiße. Friedrich, ich kriege dich noch. Glaub nicht, dass du mir so davonkommst, Freundchen. Ist der jetzt auch sowieso ein Nachteil, die ganze Zeit? So, wir müssen ein bisschen mehr Druck machen. Oh nein. Komm, den Druckblock können wir ja nicht benutzen. Oh nein. Oh, der hat meinen Marktplatz erwischt. Sau. Machen wir hier. So, hoch mit euch. Jetzt haben wir euch mal wieder ein bisschen. Na gut, ihr könnt eigentlich ein bisschen was kaputt machen, wenn ich mal gesagt. Dann nervt mich eh, dass er sich immer so stark aufbaut. Wo auch immer er die ganze Knete herbekommt. Das würde da von den anderen schon gesponsert werden mittlerweile. Aber die KI schickt sich ja gegenseitig nicht zu. Oh oh. So. Geschützt. Achtung. Und los. Was ist denn mit dir los? Alter, wenn die Faulheit neue Formen annimmt. Der Typ ist so faul, dass er eine neue Evolutionsstufe erreicht. Er schafft jetzt auch sich im Liegen zu bewegen. In Ordnung. Tribok bereit. Fluchbar ist berechnet. Oh nein, es werden Rakuten benötigt sein. Mhm, 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 mhm. Oh nein, es wird ein Waffen benötigt sein. Scheuer! Vorwärts, die die Oren. Oh nein, ist schon wieder offen. So, jetzt ist es wieder zu. Abhalten, 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 abhalten läuft. So, ihr macht jetzt mal bitte noch die Waffenkammer nochmal kaputt. Find's grad wunderschön, wie... Normalerweise müsste ich jetzt wunderbar obens eine gesamte restliche Besatzung wegmachen können. Hervorragend. Hi, es werden Waffen genügend sein. Schultert die Waffen. Was uns entgeht niemand. Hör, ich geh mal viel zu weit nach links. Die Zeit der Töten ist gekommen. Meine Armee ist auf dem Weg. Bereits, eure Lordschaft. Auf dem Weg, unser Werkzeug ist Börn. Hi, in Ordnung. Ähm, super. Hauptsache ihr habt alle möglichen Pfeilen mitgenommen, die man nur mitnehmen kann. Das finde ich echt sehr... Lobenswert. Zu Diensten. Ein Fahren läuft noch. Kann aber besser laufen. Ich hätte eigentlich auch mal echt hinten noch eine weitere Farm machen können. Komm, das machen wir mal statt dem Ding hierher. Das Getreide ein bisschen stabiler läuft. Meins Ausbildungslager können wir immer noch... Äh... Machen wir es hierher, komm. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir werden immer stärker. Achtung! Und los! Wir geben unser Bestes. Mattlich wie ein kaltes Haus. Nein, hier ist zu. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir werden immer stärker. Hi. Na, wer spießt am meisten auf? Die Leute verlassen haben. Jetzt erwischt ihr mal bitte noch ein bisschen so Sachen wie den Marktplatz und so. Wie können wir helfen? Ja, dann müssen wir ihn schon durch üble Schwächung jetzt einfach vernichten. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir werden immer stärker. Oh. Zu densten. Schultert die Wanns entgegen. Jetzt könnten wir auch wieder Ambo schützen. Oh, super. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir werden immer stärker. Na, super. Wir benötigen Holz. Hervorragend. Ihr habt nicht gemütet. Die Wanns entgegen. Die Wanns entgegen. Ihr könnt das nicht noch verzieren, mein Lord. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Heute kämpfen wir. Heute werden wir gewinnen. So. Jetzt kommt man gefälligst wieder her. Was wünscht ihr? Ei. Es wird ein Konferenz. Von der Pike auf gelernt. Eure Notchaft zu diensten. Schultert die Wanns entgegen. Wieder mit den Schwertkämpfern. Was wünscht ihr? Na, wer spielt in Ordnung? Eure Notchaft zu diensten. Wieder Schuld. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir werden immer stärker. Ihr seid der sechst größte Herrscher. So. Wenn ich jetzt hier schon nicht gewinnen kann, dann mache ich wenigstens den Rasen kaputt, so wie es geht. Ich bin nicht auf Verlust. Hm, das wurde mir auch kaputt gemacht. So, nochmal. Boah, lück mich doch. Was zum Teufel? Was ist denn mit dir los? Boah, macht die Dinger kaputt, so schnell wie es geht. Der platziert hier aber auch wirklich genauso, dass er außerreichbar meine Schützen sind. Das macht die KI nicht immer. Gerne platzieren die Drehböcke nah genug, dass selbst die Bogenschützen ranschießen können. Aber hier hat er echt so seinen... Gut, hätte ich alles ein bisschen weiter vorne platziert. Wir geben unsere Achtung. Und los, Sire. So. Jetzt nochmal so ein G20. Beginiere und dann dürft ihr hinhauen. 24, das dürft reichen. Oh, jetzt hat er alles abgerissen. Um einen Konzspeicher bauen zu können. Also wirklich so, um wieder die Grundlage zu haben. Sollten wir nutzen und weiter Druck machen. Den haben wir gleich. Jetzt hat mir auch eine Bäckerei kaputt gemacht. Ich merke schon. Waffen geschultert. Bereits, eure Lordschaft. So. Alle da? Wunderbar. Kümmert euch mal drum. Wisst ihr, ihr dürftet reichen. Oh. Hm. Ich merke das Problem. Ich bemerke das Problem. Wir müssen uns so durchpieken. Eure Lordschaft zu Diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Hm. Wir können doch runtergehen jetzt von da an. Nee, wenn wir runtergehen können. So einfach runter von der anderen Seite mitpieken. Aber wenn das gehen würde, dann müssten wir da nicht durch. Aber hätten wir drin noch welche, könnten wir von der anderen Seite mitmachen. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Auf dem Weg. Verzeihung, Sire. Feind da. Aber gern. Vorwärts, pikiniere. Schultert die Waffen. Den haben wir jetzt eigentlich auch. Weischt ihr? Nein. Aber. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Die Verlagerung ist verloren. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Kaputt. Die Burg gehört uns. Die Burg will ich nicht haben. Die kommt ruhig weg. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Das ist also der Tag, an dem das Reich sein Leben verliert. So. Zwei weg. Fünf noch da. Und ich würde sagen, um die kümmern wir uns ein andermal. Und ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Die Verlagerung ist verloren. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Und ja. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Das Special zieht sich doch länger als gedacht. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.